In diesem Video geht es um die zwei tollsten Funktionen von Tabellenkalkulation. Die eine ist das automatische Auffüllen von Werten. Habe ich nun zum Beispiel eine Liste, die mit 1 und 2 beginnt? Wenn ich nun die beiden Zellen markiere und mit der Maus auf dieses kleine Kästchen unten rechts gehe, dass sich der Mauszeiger ändert und mit der gedrückten linken Maustaste die Maus nach unten verlängere, werden die Werte in den darunter folgenden Zellen automatisch aufgefüllt. Häufig funktioniert das auch so, wenn ich symmetrische Abstände habe, zum Beispiel von der 1 zur 3, dann wäre nun das nächste die 5 und so weiter. Auch hier kann nun automatisch etwas aufgefüllt werden. Um die nächste tolle Funktion der Tabellenkalkulation zu zeigen, habe ich in dem Bereich A1 bis D4 ein paar Zahlen eingetragen. Nun kann ich einen Verweis auf eine andere Zelle einfügen. Dies geschieht, indem ich das Gleichheitszeichen schreibe für eine Formel und nun die Zelle auswähle, auf die ich verweisen möchte. In dem Fall ist es B2. Der eigentliche Zelleninhalt ist immer noch die Formel gleich B2. Angezeigt wird allerdings der Wert, der in der verwiesenen Zelle steht, in dem Fall die 6. Der Clou ist nun, wenn ich diese Formel weiter kopiere, indem ich das Auto auffüllen benutze, also unten rechts in der Ecke auf das Quadrat klicke und nach unten ziehe mit der gedrückten Maustaste, dann verändert sich der Bezug. Wir haben also einen relativen Bezug. Ich bin ein Feld hier nach unten gewandert und man sieht auch die Formel. Hier steht nun gleich B3 drin. Hätte ich das Ganze noch eins weiter runtergezogen, würde hier die Formel B4 stehen. Warum ändert sich die Zahl? Ganz einfach. In der Tabellenkalkulation werden die Zeilen mit Zahlen angegeben. Auf der linken Seite sieht, die Zahlen werden nach unten größer, also wird die Zahl größer, wenn ich die Zellen nach unten kopiere. Gleiches funktioniert auch, wenn ich das nach oben kopiere. Der Zellenbezug passt sich an und zur Seite passiert das Gleiche. Diesmal allerdings hat sich nicht hinten die Zahl geändert, sondern vorne der Buchstabe. Dies ist passiert, weil die Spalten mit Buchstaben bezeichnet werden und der Vorgänger von dem B das A ist. Nun kann es allerdings auch passieren, dass ich eine Formel nochmal nach links kopieren will. Ich bekomme gerade drei Rautenzeichen angezeigt, das bedeutet, der Platz reicht nicht aus. Dafür gehe ich nun in die Trennlinie zwischen den beiden Spalten, mache einen Doppelklick und die wird automatisch in der Spaltengröße angepasst. Und siehe da, ich habe eine Fehlermeldung. Hier steht nun Bezug drin. Links von A gibt es keine weitere Spalte, also kann dort auch kein Wert drinstehen und wir bekommen diese Fehlermeldung. Diese Zellbezüge kann ich nun auch nutzen, um damit zu rechnen. Würde ich nun eine Formel starten, zum Beispiel mit gleich B1 plus C1, erhalte ich ein Resultat. Und wird diese Formel nach unten kopiert, ändern sich automatisch die Bezüge. Jetzt wird B2 mit C2 addiert. Auch hier könnte ich das Ganze nach rechts verschieben. Hier wäre es nun so, dass C2 mit D2 addiert wird. Nun gibt es aber Situationen, in denen sich der Zellenbezug nicht ändern soll, dass wir quasi ein Anker auf eine Zelle werfen. Zum Beispiel möchte ich die Werte mit etwas multiplizieren. Ich trage in G1 einfach mal die Zahl 7 ein. Und nun möchte ich, dass die Zahlen, die hier stehen, mit diesem Zellenwert multipliziert werden. Dafür gehe ich wieder in eine Zelle, starte die Formel A1 soll multipliziert werden, also Stern mit G1. In dieser Zelle funktioniert das auch noch. Kopiere ich diese nun allerdings nach unten, passiert das nicht mehr. Denn unser Zellbezug hat sich angepasst. Sollte allerdings bei A2 mal G1 bleiben. Um das zu realisieren, muss ich einen absoluten Bezug einfügen. Beim absoluten Bezug ändert sich der Verweis nicht, wenn die Formel kopiert wird. Dies geschieht, indem ich vor die Spalte, also den Buchstaben, das Dollarzeichen schreibe und auch vor die Zeile, also der Zahl, das Dollarzeichen schreibe. Kopiere ich nun die Formel in die darunter liegenden Zeilen, ändert sich der Bezug nicht. Wir schauen mal in die Zelle A8 rein und sehen, dass immer noch die Multiplikation mit G1 erfolgt. Das Ganze kann auch etwas einfacher gestaltet werden, indem ich hier zum Beispiel die Werte, die in der Spalte B sind, durch den Wert in G7 dividieren möchte, mit dem Slash. Nun habe ich die Möglichkeit, mit der Taste F4 den Bezug umzuschalten, von dem relativen Bezug auf den absoluten. Dann werden die Dollarzeichen automatisch eingefügt. Sollte ich jetzt wiederholt auf die F4-Taste drücken, ändert sich der Bezug zu einem gemischten Bezug. Hier ist es nun so, das Dollarzeichen steht vor der Zahl, bedeutet also, die Zeile bleibt beim Kopieren gleich. Habe ich nochmal die F4-Taste gedrückt, ist das Dollarzeichen vor das G gewandert, also vor die Spalte. Und beim Kopieren bleibt die Spalte gleich. Drücke ich nochmal F4, haben wir wieder den relativen Bezug. Aber ich wollte ja den absoluten Bezug haben und kann jetzt hier auch die Formel wieder kopieren. Das waren die aus meiner Sicht elementarsten und wichtigsten Funktionen der Tabellenkalkulation. Wie man diese anwendet, kann man hier in meiner kleinen Playlist zu den Übungsaufgaben sehen. Oder gleich zu der Frage, wie viele Freiwillige brauche ich denn, um den Schulfluhmarkt zu organisieren. Also, ich sollte den Faktor racer gucken, wie viele confusing die Buchstaben für den Eisbunen. Wie nicht.